Ja, dann müssen wir auf jeden Fall mal wieder in den Raum der Wünsche. Besser. Auch besser. Machen wir das mal, warte. Er hat ja keine Eigenschaften, dann nehmen wir den auch. Griffe, gibt es auch einen neuen? Aber nein. Nein, 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 nein. Okay, dann würde ich sagen, haben wir das. Wo können wir jetzt denn hin eigentlich? In den Demigeisen. Demigeismonden. Da haben wir schon alle. Das ist Treppe, da gibt es gar keine. Südflügel, da ist einer. Glockenturm und Lehrerturm. Ich gehe mal hier hin, weil im Lehrerturm waren wir. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da irgendeine verschlossene Tür mit Alohomora 2 hatten. Das kann sehr gut sein. Gucken wir gleich. Aber ich möchte einmal alles durchgehen. Oh, guck mal, hier ist wieder so eine Flugstrecke, die mich ärgert jetzt schon. Haben wir bald Halloween? Ich glaube schon, ne? Guck mal. Das ist total toll dekoriert. Sind wir schon so lange hier? Ah, jetzt sind wir auch hier. Guck mal. Ja. Hallo Hormora. Ich habe die Knappe gedrückt. Echt Blüte? Es ist gleich ein Heuer, Machen. So, wie ist das denn? Im Außenbereich, okay. Hier irgendwo, oder? Nicht? Ich bin halt nicht hier. Ich bin verwirrt. Ist hier noch einen anderen Hof? Wo fährt's? Warte mal. Okay, ich weiß nicht. Ich hab nicht vernünftig geschaut. Okay. So, hier ist noch was. Ne, haben wir die letzten? Gehst du hin? Was? Der ist hochgeflogen, ne? Was? Meine Ausrüstungsplätze sind voll. Ja! Okay. Okay. Reveillon? Ding? Was ist denn? Unser Waffen? Oh, warte, was soll das denn? Hä? Hä? Ich hoffe, das wird uns irgendwann erklärt. Sieht auf jeden Fall gefährlich aus. Hätte ich nicht. Reveillon! Alter, wie hoch geht's hier? Ist jetzt hier der Krankenflug? Reveillon! Hm. Einhorn-Springbrunnen. Der majestätische Einhorn-Springbrunnen verleiht dem Krankenvögel von Hogwarts eine Atmosphäre der Gelassenheit und Ruhe. Und? Zwei. Können wir rein. Hallo, Humora! Zwei. Können wir rein. Hallo, Humora! Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Krankenflügel. Anwesende Heilerin. Schwester Noreen Bailey. Patientenname? Tasminia McLagan. Zumindest nehmen wir das an. Alter 13. Notizen. Die Patientin ist ohne Kopf hereingestolpert und gekommen, nachdem wir alle Anwesenden in den Schlafseelen durchgezählt hatten, sind wir zu dem Schluss gekommen... Äh? Und... Ach so was? Und gekommen. Punkt. Das ist ein Punkt. Ich hab das nicht erkannt, dass das ein Punkt sein soll. Sorry. Nachdem wir alle Anwesenden in den Schlafseelen durchgezählt hatten, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei der Schülerin mit größter Wahrscheinlichkeit um Tasminia McLagan handelt. Trotz der offensichtlichen Kommunikationsprobleme war ich in der Lage festzustellen, dass die Arme anverschwinditis leidet. Ich habe empfohlen, dass sie schnellstmöglich ins St. Mungo-Hospital geschickt wird. Teilweise wegen der zeitkritischen Natur des Befunds, teilweise weil der fast kopflose Nick um mich herum schwebte und nicht aufhören wollte, neidisch darüber zu stöhnen, wie überaus glücklich sie sich doch schätzen könne. Die Irritation, die er bei mir verursacht hat, war enorm und wenn sich dieses Verhalten bei den anderen kopflosen Schülern in Zukunft wiederholen sollte, habe ich keine andere Wahl, als den Schulleiter zu bitten, einzuschreiten. Nachtrag. Ich habe erfahren, dass die Patientin sich erholt und bald zurück ins Schloss kehren wird. Unerkennbaren Grund scheint Nick mir nun aus dem Weg zu gehen. Man könnte meinen, dass er möglicherweise vorhat, eine ganze Weide wie ein Kleinkind zu schmollen. Okay. Oh shit, ich habe es vergessen. Ah, okay. Wir müssen nach Hogsmeade. Hogsmeade. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Äh. Täglich grüßt Pippin, hä? Oh Gott, ey. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Wir schauen jetzt trotzdem noch einmal durch, ob wir hier noch was dazu bekommen haben. Ich glaube aber nicht. Okay. Ich werde nur das, was ich nicht identifiziert habe, nicht verkaufen. Ist jetzt aber auch egal. Upsala. Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Das ist kein Ding, Bruder. So. Okay. So. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Aber was ich jetzt machen werde, ist einmal ganz kurz noch das in, in den Krankenflügel zu holen. So. 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 Und dann nehmen wir das mal raus. Rebellion. Okay. Ich sage ja immer Reisen erweitert den Horizont. So. 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 Was? Was? Ich glaube nicht, dass ich selbst unter diesen Umständen hier hätte bleiben können. Das Leben treibt uns alle auf so unvorhersehbare Pfade. Man weiß nie genau, was einen erwartet. Nicht einmal diejenigen, die wie du das innere Auge haben. Aber ich bin zuversichtlich, dass dir und Natsai viel Gutes vorsteht. In Hogwarts oder wo auch immer du hingehen magst. Ich hoffe, wieder von dir zu hören und wünsche dir in der Zwischenzeit viel Glück. Deine treue Freundin Amalie. Soll ich dir was sagen? Das ist total sinnlos, dass wir diesen Brief lesen können. Sie kommt aus Ouagadou. Was sprechen die da? Englisch? Willst du mich verarschen? Die schreibt doch keinen Brief auf Englisch hier aus Ouagadou. Wie können wir denn ihre private Korrespondenz mit ihrer Freundin aus Ouagadou? Ja, die Amalie. Wie können wir das denn entziffern? Das ist ja schon mal ein bisschen, keine Ahnung. Wir haben ja keinen Translator besprochen gelernt, oder? F, ey. Das ist ein Hogwarts-Translator. Abenteuerromanen. Auf der Innenseite des Einbands dieser alten, leicht abgenutzten Reihe von Abenteuerromanen ist etwas skizziert, das wie eine Gazelle aussieht. Vielleicht waren sie ein Geschenk für Professor Unai oder ihre Tochter Natsai. Reveilio. Da habe ich wohl was vergessen, aber... Da unten ist auch noch was. Gucken wir mal. Reveilio. Das sind drei. Ne, zwei. Okay. Hallo, Mora. Und hier. Okay. 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 Aber das ist echt nervig mit den Schlössern langsam, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich schlafe dabei fast ein, ey, ehrlich. Ich muss die Aufnahmen jetzt langsam beenden. Sonst nix mehr. Ich mache den Turm noch eben fertig. Und Herr Moon, können wir dir noch was geben? Hallo, Mr. Moon. Seien Sie gegrüßt! Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ja, ein paar. Ich habe ein paar Monde für Sie, es wird nicht reichen. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Sehr schön! Wir geben die also mal ab. Bringen Sie mir ein paar mehr Monde und ich zeige Ihnen, wie Sie besser alle Humora wirken. Jo, wird passieren. Ich schaue mich noch weiter um. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe Ihnen mehr Monde. Ich muss Sie für Ihren außerordentlichen Mut loben. Vor allem, weil Sie nur nachts gesammelt werden können. Hm. Ich bin schon super mutig, oder? So. Alles klar. Dann würde ich sagen, beenden wir hier die Aufnahme. Ich bin echt fertig mit der Welt. So kommen wir. Ich speichere das Spiel. Ähm. Ja. Äh. Sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Also. Äh. Wie fandet ihr das? Wie fandet ihr diese Aufnahme-Session? Ähm. Wie fandet ihr die Stunde in Pflege magischer Geschöpfe? Ich fand die ein bisschen kurz ehrlich gesagt. Ich hätte mir gewünscht, dass da mehr passiert. Also. Was soll ich euch sagen? Also. So ein bisschen, äh. Kleine, kleine Knüttelmuffs striegeln und füttern. Ist jetzt nicht so das, was ich gedacht habe, was da großartig passiert. Ich habe gedacht, da kommt jetzt so. Ähm. Ja. Weiß ich nicht. Irgendwelche Action, ja. Dass wir irgendwas gefährliches machen oder so. Keine Ahnung. Irgendwelches Gift extrahieren von irgendwelchen Stacheln oder so. Oder irgendwelche magischen Zutaten sammeln oder sowas. Keine Ahnung. Das war ein bisschen, sag ich mal, mau für mich. Ansonsten. Ähm. Ja. Ich fand's eigentlich ganz okay. So bis auf die ganze Langeweile mit den Schlössern. Also das war wirklich, oh. Aber das muss ja auch gemacht werden, ist das Problem. Ähm. Da müssen wir durch. Ähm. Ja. Äh. What the fuck. Das habt ihr auch gesehen, oder? Ja. Ähm. Dann. Jetzt haben wir alle Humora. Wir können jetzt kleine Nifflas und so befreien. Kann das sein, dass wir dann gezähmte Nifflas bekommen? Weil wir die befreien aus der Gefangenschaft? Boah. Wenn ich nicht so müde wäre, ne? Ich würde sofort in den scheiß verbotenen Wald jetzt hoppeln. Ich glaub, das ist das nächste, was wir machen auf jeden Fall. Ich, ich will in den verbotenen Wald. Und dann holen wir uns so Nifflas und alles okay. Ja. Auf jeden Fall, ähm. Dankeschön fürs Zusehen wie immer. Falls euch das alles gefällt, was ich mache, dann lasst mir doch einfach mal zwischendurch einen Daumen nach oben da bei den Videos. Und wenn ihr das öfter sehen wollt, was ich mache, dann abonniert mich doch. Ich mache eigentlich jeden Tag Videos. Mindestens drei. Meistens vier. Ähm. Ja. Schaut einfach mal rein. Ich hab auch ein paar andere Videos. Also, äh. Was heißt andere Videos? Ich hab, ähm. Halt andere Let's Plays. Ich habe, ähm. Drei, sagen wir mal, Slots, die ich momentan bediene. Ich werde immer um 15 Uhr ein relativ, äh, sag ich mal. Indie-Game reinpacken, wobei da momentan Medieval Dynasty drin ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so Indie ist. Ich, ich, keine Ahnung. Habe ich einfach jetzt da reingenommen. Das ist ein sehr großes Spiel, beziehungsweise so ein Endlost-Game. Ist ein bisschen doof jetzt. Ich hab jetzt quasi das als Lückenfüller genommen, weil diese ganzen Indie-Games so ein bisschen, äh, schwierig sind für mich. Momentan habe ich keinen, keinen Elan mich aufzuraffen, weil ich hab das Gefühl, ich, äh, bin dann immer sehr, sehr lange, ähm, am Strugglen für sehr, sehr wenig Videomaterial. Wisst ihr, was ich meine? Und bei Medieval Dynasty ist einfach abschalten und durchdaddeln, so. Und das kann ich so lange machen, dann habe ich richtig viel Material. Ich würde sagen, ich, äh, werde Medieval Dynasty ein bisschen vorproduzieren und dann kommen irgendwelche Folgen noch dazu, irgendwann dazwischen, richtige Indie-Folgen. Ja, und auf dem zweiten Slot, um 18 Uhr, da mache ich momentan, äh, immer irgendwelche Retro-Spiele. Das heißt, alte Spiele, ähm, nicht Spiele im Retro-Stil, sondern Spiele, die älter als, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre sind und so und, ähm, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, das war ein großer Titel oder so. Ähm, jetzt ist es so, große Titel, die alt sind, können entweder auf dem Slot landen oder auf dem, wie Hogwarts Legacy jetzt auch, bei dem große Titel-Slot. Ich habe für 20 Uhr einen Slot, da läuft jetzt momentan Shadow of the Tomb Raider und eben auch Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy ist was besonderes, Leute. Auch in Hogwarts Legacy werde ich immer geschminkt sein. Das ist mir ein Privileg, ja, dass ich dieses Spiel spielen darf und ich möchte so gut aussehen, wie ich kann für dieses Spiel, okay? Und deswegen, äh, ja, keine Ahnung, wenn ihr mich abgammeln sehen wollt, dann guckt die anderen Videos. Und ansonsten, ähm, ja, äh, das sind momentan die, die, die Sachen, die ich mit Let's Plays mache und ich habe jetzt auch angefangen, ein Let's Paint zu machen. Ich weiß es nicht so besonders professionell, wie es jetzt momentan ist. Ich, äh, klemm halt mein Handy irgendwo über den Tisch und filme, wie ich male, ja? Und dann schneide ich das zusammen und, äh, Speed Motion, äh, baller ich drauf. Also ich, ich verkürze halt die Zeit für euch, damit ihr keine 14 Stunden warten müsst, bis das Bild fertig ist und ich babbel euch dabei zu. Ähm, ja. Also falls euch sowas gefällt, schaut mal rein. Ich hab da jetzt, äh, ich fange jetzt an kreativen Scheiß auch ein bisschen hier hochzuladen. Ähm, ja, und lasst mir auch gerne einfach mal Kommentare da, damit ich weiß, was ihr davon haltet, ne? Ähm, weil nur so kann ich überhaupt was anpassen, ja? Also ich, ich kann nur mir irgendwie vorstellen, was ich gerne schauen wollen würde und das so auf euch münzen. Aber ob das wirklich so ist, ob ihr das wirklich sehen wollt oder ob ich einfach nur sehr speziell bin und dann denke, ich, ich würde das gucken, also müsst ihr das auch gucken. Ne? Das sind zwei, das sind so Sachen, ne? Ja, brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber erzählt mir einfach, dann weiß ich's. Und ansonsten vielen lieben Dank. Falls ihr bis jetzt noch mal im Gelaber zuhört, dann großen Respekt dafür, ja. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haltet die Ohren steil. Bye, bye.